Bachelor Christina postet sexy Foto, aber die Fans sind geschockt. Die Freundin von Daniel Fölz zeigt, was sie hat essen. Sie ist jung, schön, sexy und stellt ihren Traumkörper gern zur Schau. Ein neuer Instagram-Post von Bachelor-Gewinnerin Christina Janssen bereitet ihren Fans jetzt aber Sorge. Die 25-Jährige posiert in ultraknappem Sport-Hautfit vom Spiegel und blickt gewohnt verführerisch in die Kamera und ihre über 150.000 Instagram-Follower. Motivation ist das, was dich starten lässt. Gewohnheit ist das, was dich weitermachen lässt. Ich werde bald wieder mit dem Training anfangen. Ich liebe Sport, der gehört zu meiner Leidenschaft, kommentiert die Brünette Schönheit in Post. Mit den Reaktionen ihrer Fans hätte die Freundin von Daniel Fölz, 33, aber wahrscheinlich nicht gerechnet, denn ihr Post sorgte für eine heftige Diskussion. Während viele die gebürtige Kasachin für ihren durchtrainierten Bodiluben und bewundern, finden sich auch einige Kritiker in den Kommentaren. Du bist viel zu durchein, hübsch, aber zu dünn, oder etwas zu dünn, Mädchen, das ist nicht gesund, lauten die besorgten Nachrichten ihrer Follower. Christina selbst hat sich bisher aber noch nicht zu der Figurkritik geäußert. Dass die hübsche Essenerin eine sehr zierliche Figur hat, fiel bereits in der Kuppelshow auf. Allerdings kämpft Christina auch verdammt hart für ihren flachen Bauch und die schlanken Beine, mit welchen sie den Bachelor gerecht um den Verstand brachte und sich schließlich im großen Bachelor-Finale gegen Konkurrentin Svenja von Grese durchsetzte, Tag 24 berichtete. Erst kürzlich beeindruckte sie ihre Fans mit einer sexy Polydance-Einlage auf Instagram. Außerdem tanzt sie leidenschaftlich und versorgt ihre Follower mit zahlreichen Sportpostings. Ob sie es mit dem Fitnesswang mittlerweile vielleicht ein bisschen übertreibt? Eins steht jedenfalls fest, hungern möchte Christina für ihre Figur offensichtlich nicht. Immer wieder postet sie Fotos von leckeren Naschereien oder romantischen Restaurantabenden mit ihrem Schatz. Es scheint also, als seien die Sorgen ihrer Fans völlig unbegründet. Und am Ende ist ja auch immer noch am wichtigsten, dass sich Christina selbst wohl in ihrem Körper fühlt. Und mal ehrlich, daran lassen sexy Fotos wie dieses Jahr wohl keinen Zweifel offen. Und am Ende ist ja auch immer noch am Ende ist ja auch immer noch am Ende ist.